Haha, falsche Seite. Der Bahnhof ist zu groß. Erstmal fett verfahren, Junge! Was heißt verfahren? Wir haben den Zug nicht gefunden. Nachdem wir dann den Bus rief... Ja, und dann sind wir in den Bus eingeschrieben. Und dann haben wir uns nach dem Klo verlaufen. Ja, sauber. Das ist nur seine Schuld. Nur er. Ich habe gesagt, ich gehe in die andere Richtung. Aber nein, du, ich weiß ganz genau, dass wir von da vorne gekommen sind. Ja, hat man gesehen. Wenn man das gesehen hat, dass wir von da vorne gekommen sind, da war ein riesen Baum gestanden. Und ich sah kein Baum mehr reinkommen, Mann. Was ist...